Viele Leute haben mich gefragt, ob ich nicht mal neben meinen Videos zum Thema Handschrift einen Kurs geben könnte, den möchte ich jetzt ankündigen. Vom 13. bis zum 17. Juli gibt es einen Kursus zum Thema Handschrift in Aschau in Bayern. Wunderschön gelegen, wunderschöne Akademie. Also unten werde ich den Link einbauen, Sommerakademie Hohen Aschau. Dort wird der Kurs vom Montag, den 13. bis zum Freitag, den 17. Juli in diesem Jahr stattfinden. Okay, ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen dort persönlich in Aschau.